Ich hoffe, allen Ponys geht es gut und sie können sich richtig entspannen. Hitch? Zaddi? Izzy? Was ist hier los? Was ist hier passiert? Okay. Nur keine Ponypanik. Ich bin sicher, es gibt eine vollkommen logische Erklärung. Ich brauch nur einen Moment zum Nachdenken. Wer ist bereit für eine Wellness-Party? Juhu! Das ja verraten mich! Oh nein! Nein! Klaus Puff! Helfer! Puff? Mama? Bitte! Wenn sie euch in diesen Zustand zieht, wird sie sicher! Hä? Katisch! Ah! Izzy und Sani sind wieder Fohlen! Genau wie Hitch! Aha. Und wodurch? Schlappt ihr das Fohlen? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Pipp, wie ist das passiert? Keine Ahnung. Ich drehe hier langsam durch. Pipp, versuch runterzukommen und erzähl mir, was passiert ist. Sämtliche Details von Anfang an. Okay, ich habe alle Ponys zu mir ins Main Melody zu einem umwerfenden Spa-Tag eingeladen. Sie waren hin und weg davon und tiefenentspannt. Alles war einfach perfekt. War etwas im Essen oder im Trinken? Vielleicht war ja was im seltsamen Schminkzeug. Quatsch, die Sachen sind nicht seltsam. Baby Cloud Pop. Warte. Was ist das? Das? Oh, meine brandneue, natürliche, fabelhaft fruchtige Gesichtsmaske. Und wieso leuchtet die? Oh, naja. Du hast eine Gesichtsmaske aus magischem Glitter gemacht? Ich wusste nicht, dass er magisch ist. Und wie verwandeln wir sie zurück? Sunny, nicht beißen. Komm schon, Pipp. Du kriegst das wieder hin. Das ist total dein Ding. Denk nach, in der Maske sind Zutaten, die ein Jünger machen. Aber möglicherweise kann ich sie ja mit einer Mischung von anderen Zutaten altern lassen. Oh, Sip, ich habe eine Idee. Hey, Pipp, ich mache das. Es waren einmal zwei Schwestern, die verschiedener nicht sein konnten. Doch obwohl sie unterschiedliche Dinge mochten, extrem unterschiedliche Dinge, waren ihre Gegensätze das, was ihr Leben so spaßig machte. Oh, solche Geschichten hast du mir früher auch erzählt. Die Schwestern reisten gemeinsam durch ganz Equestria. Hey, wow. Ich fühle mich wirklich jünger. Das ist ja unglaublich. Ich muss all meinen Freunden hiervon erzählen. Probiert unbedingt das Bar aus. Wow, ihr zwei seht total fertig aus. Wie wäre es, wenn ihr euch beim Entspannen auch eine von den Gesichtsmasken gönnt?